Ich grüße Sie ganz herzlich in diesen Novembertagen. Meine Worte erreichen Sie in diesem Monat später. Sonst waren Sie es gewöhnt, pünktlich zum ersten eines Monats ein Angedacht verfolgen zu können. Vielleicht haben Sie ja gedacht, was ist los? Ist er sprachlos geworden? Ja, Sprachlosigkeit ist wirklich mein Thema in den letzten Wochen. Zu viele Negativmeldungen bestimmen mein Leben. Eben noch in Gedanken bei den Menschen in der Ukraine und den vielen anderen Kriegsschauplätzen in der Welt, da prasseln die Gräueltaten im Nahen Osten auf mich ein, wo Terroristen, unschuldige Zivilisten abschlachten. Ja, die Spirale der Gewalt nimmt Fahrt auf und niemand weiß, wie das enden wird. Auf den Straßen in Deutschland macht sich der Antisemitismus wieder breit. Diese Parolen, diese Gedanken werden wieder gesellschaftsfähig. Kann ich da sprachlos sein? Darf ich da sprachlos sein? Nein. Was tun? Resignieren, die Augen verschließen, die Zeitung abbestellen, den Fernseher und das Radio abschalten, raus aus dem Internet weg mit Facebook, Instagram, TikTok und X? Nein. Was tun in meiner Sprachlosigkeit? Wo erhole ich mir Kraft, Mut, Zuversicht? Da fallen mir Worte Jesu ein. Zu seiner zentralen Botschaft gehören das jüdische Liebesgebot und die Bergpredigt. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Denken und aus deiner ganzen Kraft. Und das Zweite ist dieses, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die ganze Kraft. Ich höre diese Botschaft neu, heute in diesen dunklen Novembertagen. Und ich werde aktiv, ich verlasse die Wege der Sprachlosigkeit und öffne meinen Mund, sage meine Meinung, Sätze, Akzente mit Worten, Gesten und Taten. Und ich recherchiere selbst, so wie ich es gelernt habe. Und verlasse mich nicht auf die Bilder und Nachrichten in Social Media. Was man auf Facebook, Insta und TikTok sieht und liest, ist nicht zwingend richtig. Und ich mache mich auf den Weg mit der Friedensbotschaft Jesu. Ich halte fest an dieser Friedensbotschaft Jesu, gerade in diesen Tagen der Putins, Xi Jinping und anderen totalitären Machthabern, der Terroristen und Gewalttätern in der Welt. In diesen Tagen jährt sich die Pogromnacht von 1938 zum 85. Male. Noch immer scheint die Menschheit nichts dazu gelernt zu haben. Jüdinnen und Juden müssen wieder Angst haben in Deutschland. Die Holocaust-überlebende Margot Friedländer ist gestern am 5. November 102 Jahre alt geworden. Margot Friedländer ist eine Frau, die nie sprachlos geblieben ist. Ihre Worte wirken so aktuell wie nie in diesen Wochen. Und in einem aktuellen Interview in der Wochenzeitung Die Zeit antwortet sie auf die Frage, ob sie den Eindruck habe, dass sich das jüdische Leben in Deutschland nun für eine Weile zurückzieht, die Juden vorsichtiger sein müssen, wie folgt. Sie sagt, ich fürchte nicht nur für eine Weile. Es gibt weiterhin Menschen, die in uns keine normalen Menschen, sondern ein Zerrbild sehen. Mir ist das unverständlich. Sehen Sie, wenn wir auf die Welt kommen, ob wir nun von einer jüdischen Mutter in Israel geboren werden oder von einer Japanerin in Tokio. Beide haben ihr Kind neun Monate lang genährt. Den heranwachsenden Kindern war es egal, ob die Mutter koscher gegessen hat oder nicht. Am Ende kommt ein Mensch auf die Welt. Ein Miracle mit zwei Armen und Beinen. Ganz egal, welcher Kultur oder Religion die Mutter angehört hat. Wir sind alle gleich. Wenn ich diese Worte höre, will ich nicht sprachlos bleiben. Ich stehe auf für all diese Menschen und trage die Liebesbotschaft und Friedensbotschaft in die Welt. Im Kleinen wie im Großen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Denken und aus deiner ganzen Kraft. Und das zweite ist dieses. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die ganze Kraft. Machen Sie es gut.